Ich bin hier oben. Darf ich auch mit euch? Ja eben, Mittwoch ist der grosse Tag, wo wir mit ein paar Fussballkollegen hier ein Spiel im Footvolley veranstaltet. Und ich hoffe natürlich, dass ein Haufen zuschauen können, was wir da für Künste zeigen. Wir sind noch nicht ganz sicher, wie wir die Partie angehen. Also der Stil, Jörg, Marco Zwissig, Tommi Bickel. Ich denke, dass ich mit dem Zürcher spiele, mit dem Tommi Bickel, dass wir die Ostschweizen vom Feld wegwischen. Ich bin gut und mutig, dass wir das schaffen, die zwei Ostschweizen, was sind das eigentlich? Bratwurst, Bratwurst-Zeitung, gell? Dass wir die wegwischen. Kommt alle hier schauen, ab 4 Uhr, Mittwoch, 9. Mai, findet das grosse Spiel statt im Rahmen eines Turniers? Oder sind wir quasi exklusiv? Exklusiv. 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 Exklusiv.